Viele spannende News, Ereignisse und Neuerungen bei Casper. Vor allem ganz viele neue Möglichkeiten mit den bevorstehenden Updates. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass man Casper theoretisch nun auf Uniswap nutzen kann? Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Über Casper gibt es viel zu berichten, weil in den letzten anderthalb Monaten ist sehr viel passiert. Man ist weiter vorangeschreitet, man hat weitere Börsenlistings dazu bekommen und allgemein viel passiert. Im Bärenmarkt wird entwickelt und bei Casper sieht man das sehr, sehr gut. Schauen wir mal in die letzten Monate, was da alles passiert ist. Insgesamt gab es drei große Börsenlistings, es gab auch viele kleine, muss man dazu sagen. Wir haben gesehen, KuCoin, BitGate und Uphold ist dazu gekommen. Und auch im Mai gab es weitere Integrationen. Neben Tangem, wie wir wissen, ist auch nun OneKey, die Hardware Wallet, nun dabei. So sieht sie aus. Die Casper Special Edition, vielleicht hat der eine oder andere da zugeschlagen. Ich war ein bisschen langsam im Nachgang. Dann ist das Testnet für Casper mit Rust. Also, dass die Casper Blockchain in der Rust-Sprache funktioniert, das ist ja im Testnet. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass es bis Ende des Jahres durch sein könnte. Und dann gibt es hier auf jeden Fall nochmal einen Schub, was Entwickler vielleicht angeht, die dann sagen, oh, die haben Rust als Sprache. Oh, dann ist es für mich vielleicht interessant. Also, da sehen wir, dass sehr viel kommt. Dann haben wir gesehen, dass Coinpal nun aktiv ist. Schauen wir gleich mal drauf. Durch Coinpal kannst du nun Zahlungen in Cas durchführen, wenn ein Händler das annimmt. Das ist ein wirklich interessanter Schritt. So wie es hier auch steht, Casper hier akzeptiert. Da könnten einige folgen. Also, sehr spannend, was es da zu entdecken gibt. Und ein weiterer Zahlungsanbieter, der auch ein bisschen verbreiteter ist, weil er was größer ist und noch mehr Integration hat, ist NowPayments. Und NowPayments ist da wirklich weit, dass sie sagen, die Casper-Integration kommt bald. Also, sie arbeiten dran. Das auch auf jeden Fall sehr, sehr gut und wichtig. Ja, spannende Zeiten, spannende News, die es aktuell gibt. Schauen wir mal rein. Das ist NowPayments. Das ist ein wirklich recht großer Zahlungsanbieter. Den kennt man vielleicht. Vielleicht auch schon mal eventuell damit bezahlt. Sehen wir, was sie alles supporten. Da sind einige bei. Auch einige komische, wo vielleicht der eine oder andere sagt, was? Die supporten die, aber sowas Geiles wie Casper noch nicht. Das kommt alles. Also, kann man mal reinschauen. Und wie gesagt, wenn man hier Cas eingibt, gibt es das noch nicht. Dann, CoinPal ist nun da und hier sehen wir auch schon das Casper-Logo direkt auf der Homepage und läuft hier mit bei den großen Bitcoin, Litecoin, XRP, Bitcoin Cash, Shiba Inu. All die läuft das hier mit durch. Also, direkt zu sehen, Casper hier integriert. Sehr, sehr cool. Wie ich gerade sagte, es gab auch kleinere Börsenlistings, die man nicht unbedingt aufzählen muss, weil sie versuchen natürlich auch durch Casper Liquidität zu gewinnen, dass man vielleicht auch auf ihre Börse kommt. Aber im Großen und Ganzen sind diese großen Börsen, die auch vorher schon da waren, Maxi Global und nun, die dazugekommen sind, sind definitiv ausreichend. Jetzt kommt eine weitere Börse dazu. Und das ist für viele sehr interessant, da sie in Europa ein sehr, sehr großer Name ist. Und zwar Bitpanda. Bitpanda hat nun Casper in Spotlight getan und haben schon gesagt, keine Angst, das ist nur das Ghost-Deck. Und so ein Geistsmiley hingemacht. Also, hier kommt das Bitpanda Spotlight für Casper. Live soon kommt bald. Was ist dieses Bitpanda Spotlight? Das ist, wenn du ein paar Best-Token hast, kannst du hier einen kleinen AirDrop mit Cas abgreifen. Wir sehen hier, was es als letztes so gab in diesem Spotlight. Und dort konnte man mit ein paar Best-Token einiges abgreifen. Zum Beispiel beim A0-Listing haben mir viele gesagt, du musstest für 1 Euro oder 1,30 Euro musstest du Best kaufen und hast einen AirDrop von 5 Euro bekommen. Ist nicht die Welt, aber skalieren wir das nach oben, ist es natürlich schon einiges, was da geht. Natürlich, wenn man dann verkauft hat, weil mittlerweile wissen wir, die Preise sind unten. Aber wir sehen, dass hier einiges kommt an AirDrops bzw. an Spotlight und nun ist Casper dran. Und nach so einem Spotlight folgt, wir sehen hier, erstmal hier das Spotlight kommt und danach sehen wir hier diesen Buy-Button und zwar danach folgt das Listing. Also steht nun an, ein Bitpanda Listing für Casper. Und es gibt sehr viele Leute, die im europäischen Raum und gerade hier vielleicht auch in der Nachbarschaft, die die zwei großen Börsen in Europa nutzen. Und das sind immer noch neben Binance Coinbase und Bitpanda. Die haben sich hier einen Namen gemacht, deswegen auch für uns gerade hier in Europa und für die Leute, die jetzt nicht mit den normalen herkömmlichen Börsen arbeiten, sondern lieber etwas einfaches und ein ganz einfaches Interface, Geld einzahlen, Casper kaufen und dann in der Wallet liegen haben. Und das sogar mit vernünftiger Verfolgung für die Steuer. Der wird hier Bitpanda mögen und das wahrscheinlich sogar auf Bitpanda kaufen. Also könnte hier weitere Liquidität hinzukommen. Dann Frage, die ich am Anfang des Videos gestellt habe. Wusstet ihr, dass man in der Theorie nun Uniswap nutzen kann und damit Casper handeln kann? Jetzt denkt ihr, hast du sie noch alle? Casper ist eine eigene Blockchain, was hat das mit Erführung zu tun? Das geht nun. Es ist nun Casper auf der Erführung Blockchain als Web Casper. Und wir sehen auch hier, dass es schon ein paar Leute nutzen. Also das ist nicht erst seit gestern, das ist schon ein paar Tage da. Das funktioniert schon. Und nein, wir reden hier nicht von einem Scam-Token, sondern man kann mit dieser Plattform Change Finance, kann man, es ist aufwendig. Das sage ich so, wie es ist. Es ist nicht einfach, dass man sagt, ich wähle hier Casper aus. Weil Casper ist hier nicht drin. Man muss hier eine Wallet verbinden. Man muss das Ganze über Fusion bridgen. Also ich muss Casper hier reingehen. Dann geht das über Fusion. Und dann geht das auf der Erführung. Und dann erhalte ich Web Casper. Ist kein Witz, sondern wir sehen hier Change Web Token. Das ist das, was hier auch in der Adresszeile steht, oben, wenn man das eingeht. Changed Web Token. Und dazu hört Casper nun. Kein Witz. Also das geht wirklich. Das ist die Seite dazu. Change Finance. Da geht wirklich nun ein Swap zur Erführung Blockchain. Wie gesagt, ist aufwendig. Ich frage mich sowieso, wer wird das machen? Also unterm Strich, wenn ich Casper doch haben will, mit den ganzen Integrationen für die Tangem Wallet oder auch für die One Key Wallet, dann möchte ich, keine Frage, möchte ich natürlich, dass es auf der Haupt Blockchain bleibt, weil da habe ich einen Web Token und den wieder zurück zu bütschen. Wir wissen, die Gas Fees bei Erführung sind teuer. Aber die Möglichkeit besteht. Und so könnte man in der Theorie sogar mit seinen Casper Coins nun auf der Erführung Blockchain auch etwas kaufen. Ist interessant, das zu wissen. Ist interessant, das zu hören. Aber ob man das nutzt? Für mich sehr fraglich, weil wie gesagt, ich möchte lieber das native Casper. Wenn nämlich nun mit No Payments und nun Coinpal dort die Integration stattfindet, dass ich direkt mit Casper zahlen kann, dann komme ich nämlich mit meiner Tangem Wallet um die Ecke, wo ich ganz einfach dann Casper versenden kann natürlich und damit bezahlen kann. Mit einem QR-Code scannen. Ganz einfach mit meiner mobilen Hardware Wallet scannen. Wer noch kein Tangem hat, weil ich finde, das ist wirklich eine der besten, gerade auch mobilen Hardware Wallets, schaut sich gerne unsere Tangem Wallet Videos hier auf dem Kanal an. Und denkt dran, 10% Rabatt mit dem Code Kryptoeule bei der Bestellung eines Tangem Wallet. Also ich finde, unterm Strich passiert hier wirklich sehr, sehr viel. Man arbeitet hart daran. Die Community, die ist auch nicht ruhig. Man sieht, dass auf Twitter immer noch sehr viel mit Casper geht, was Tweets angeht, was Infos angeht, was Neuigkeiten angeht. Wir sehen, dass die Telegram-Gruppen, und das ist sehr, sehr cool, sehr, sehr aktiv ist. Egal in welcher Sprache, sehen wir eigentlich sehr, sehr viel Aktivität, sehr, sehr viel Interesse. Und wir sehen, dass viele Integrationen stattfinden. Und der nächste Schritt wird ja auch einer da sein, dass man sagt, Smart Contracts auf der Casper Blockchain. Und dann wird es sehr spannend, was natürlich passiert. Ob sich hier neue Projekte aufbauen, neue Token, vielleicht sogar NFTs auf der Casper Blockchain. Also, Casper ist noch ganz am Anfang, das muss man einfach festhalten. Wir sind noch nicht so, dass wir sagen, oh, Casper gibt es ja schon fünf Jahre, noch nicht viel passiert, sondern Casper gibt es noch keine drei Jahre, nachdem das Mainnet live gegangen ist. Und das heißt, dass noch viel, viel Arbeit von den Leuten, die an Casper arbeiten, steht. Und denken wir immer noch dran, es ist ein dezentrales Netzwerk. Es ist kein CEO und so weiter dahinter. Das heißt, wenn jemand hier Interesse hat, der muss sich nur ein Developer wenden. oder sucht sich die Codes via GitHub raus, integriert sein Projekt auf Casper und sagt dann, tada, da sind wir. Also, es kann gut sein, dass jetzt schon Projekte an Integrationen arbeiten und keiner weiß überhaupt davon etwas. Ich finde, Casper ist definitiv kein totes Projekt und für den Bärenmarkt und Sommerloch, wo wir gerade sind, finde ich, steht Casper immer noch sehr gut da. Für mich absolut realistisch ein Preis von circa 15 Cent im nächsten Bullenmarkt. Und hier sehen wir auch die Information, Web Casper mit der Bridge nun verfügbar. Einfach bei CoinMarketCap und hier auf die News klicken. Dort müsstet ihr auch eine Anleitung finden. Aber ich sage direkt, es ist nicht so einfach, dass man einfach seine Wallet verbindet, sondern es ist schon etwas umständlich. Insgesamt Casper für mich sehr spannendes Projekt. Und ich sage, wer das sicher noch nicht angeschaut hat, der sollte definitiv mal einen Blick reinschauen. In diesem Sinne, ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.